Musik Wir beginnen wieder mit dem Make-up. Ihr könnt auch gern ein, zwei Töne heller nehmen als euren natürlichen Ton. Aber ich wollte das Make-up doch noch tragbar machen. Und deswegen habe ich einfach noch diesen weißen Lidschatten drüber gemacht, um so ein bisschen einen Porzellantin zu bekommen. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe es jedenfalls so gemacht. Dann machen wir weiter mit den Augenbrauen. Hier verwende ich wieder mein Make-up-Kit von Essence. Ja, Jane ist eigentlich blond. Da ich jetzt aber keine Perücke habe, um das Ganze mit der Frisur später auch so darzustellen, habe ich meine Naturhaarfarbe gelassen. Und deswegen mache ich auch die Augenbrauen etwas dunkler, damit einfach der Gesamtzusammenhang wieder stimmt. Wenn ihr blond seid, solltet ihr die Augenbrauen nicht ganz so dunkel machen, wie ich das jetzt mache. Hier verwende ich nämlich jetzt auch noch den dunkleren Ton, um die Augenbrauen wirklich zu verlängern und da optisch Haare hinzuzaubern, wo eigentlich gar keine sind. Dann machen wir weiter mit den Augen. Hier verwende ich wieder den Jumbo-Pencil von NYX. Und ich spreche das Jumbo aus, weil es ein englisches Wort ist und J da so ausgesprochen wird. Jedenfalls gebe ich den Farbton Joghurt über das gesamte bewegliche Lid und den Black Bean in den Augenaußenwinkel. Das Ganze verblende ich dann mit diesem flachen Pinsel. Und da beginne ich zuerst mal mit der hellen Farbe. Verblende erstmal die, also verteile sie besser gesagt. Weil sonst habt ihr gleich das ganze Auge schwarz, wenn ihr auch schon in den schwarzen Farbton kommt. Ihr könnt den Black Bean auch erst später auftragen, logischerweise. Jedenfalls verblende ich dann das Schwarz mit dem Joghurtton erstmal mit dem Pinsel und anschließend dann noch mit dem Finger. Jane hat schimmernde Smoky Eyes. Deswegen greife ich auch zu meiner Schimmerpalette von Zoeva zurück. Und da verwende ich diesen rosa Nude Ton. Und den gebe ich auf das bewegliche Lid in den Augenaußenwinkel, ja bis zur Mitte circa hin. Dann verwende ich diesen braunen-matten Ton einfach als Grundlage, um später die anderen Farben besser verblenden zu können. Zudem hat Jane um ihre Smoky Eyes einen braunen Schein, so kann man das Ganze nennen, also um das Ganze noch so ein bisschen wärmer zu machen. Gleichzeitig wirkt es dann aber auch wieder gruseliger, weil es so ein bisschen Kontrast zu den restlichen Farben darstellt. Weil gleich arbeiten wir mit schwarz und blauem Schimmer. Dazu verwende ich dann wieder meine Schimmerpalette. Und da nehme ich diesen hellblauen Ton mit diesem abgeschreckten Pinsel und mache damit sozusagen einen Lidstrich. Einfach über das gesamte Lid. Und außen wird es dann noch verstärkt und wirklich im Augenaußenwinkel auch flächig aufgetragen. Durch die Jumbo Pencils drunter wird die Farbe so richtig schön intensiv und wenn ihr die Farbe, wie jetzt ich hier das so mache, tupfend auftragt, dann wird die Farbe noch mal stärker. Und das Ganze blende ich dann schon leicht aus in das braunen und in den hellen Ton von vorhin. Dann nehmen wir diesen kühleren, ja fast schon gräulicheren Blauton und den trage ich auch wieder außen im Augenaußenwinkel auf und verblende das Ganze in das türkisblau von gerade eben. So, jetzt nehme ich diesen Schwarzton. Das ist der dunkelste Ton der matten Palette. Ist aber eher ein Anthrazit, wie ihr hier auch auf dem Bild gerade gesehen habt. Und den trage ich am Augenaußenwinkel auf und dann noch zum Verblenden mit dem fluffigen Pinsel diesen mattenbraunen Ton. Und den trage ich eigentlich fast bis zur Augenbraue auf. Jetzt das Highlight. Wie bei allen Twilight Looks habe ich wieder diesen Vanilleton, so heißt die Farbe bei Alverde aus der LE, als Highlight aufgetragen und auch im Augeninnenwinkel schon fast eben auf der Nase. Da kommt es auch noch drauf. So hat es die Jane im Video. Ja, und dann noch ein richtiges Schwarz. Dazu verwende ich wieder meine Champagne in Kaviar Palette von NYX. Und damit trage ich mir unter dem Auge sozusagen eine Kajallinie auf und verblende das Ganze. Und das geht relativ gut, weil es eben ein Puder Lidschatten ist. Und dann das Gleiche auch auf dem Lid. Also damit verdichte ich meine Wimpern und zaubere mir somit einen Schatten hin. Keine der Twilight Darstellerinnen hat einen offensichtlichen richtig schwarzen Lidstrich. Alles ist eigentlich, glaube ich, mit Puder Lidschatten gemacht, so wie jetzt auch hier. Und ja, aber ein bisschen Farbe muss auch noch auf das untere Lid. Und deswegen verwende ich hier jetzt halt einfach einen Kajalstift. Ihr könnt es ja auch noch mit Puder machen, aber ich habe es jetzt mit dem Kajalstoff gemacht. Wird wahrscheinlich auch im Film so gemacht worden sein. Und dann oben natürlich im Augen-Außenwinkel lasse ich einfach das Puder. Aber mit dem Puder im Innenwinkel zu arbeiten, ist doch relativ schwer. Deswegen habe ich hier meinen Kajal gut gespitzt. Und damit verdunkele ich mir dann noch den inneren Augenbereich direkt an der Wimpernlinie und an der Wasserlinie. Dann natürlich die Wimpern auf jeden Fall gut tuschen. Ihr könnt auch gern künstliche Wimpern einsetzen. Ich habe jetzt einfach nur mit meiner Mascara gearbeitet. Das hat mir in dem Fall gereicht. Durch das Verblenden ist doch ein bisschen Schimmer abhanden gekommen. Und Janes Make-up schimmert einfach ungemein. Deswegen trage ich noch diesen hell silbernen Ton auf, direkt auf das bewegliche Lid. Und verblende das Ganze in die restlichen Farben. Somit ist das Augen-Make-up dann fertig. Jetzt machen wir weiter mit dem Gesicht. Da verwende ich diesen rosa Blush. Das sollte man natürlich jetzt nicht zu stark auftragen, weil Jane ist ja doch sehr, sehr blass. Aber so ein bisschen gibt es dem Gesicht eine Form. Und hier mache ich jetzt auch noch die Nase schmaler, weil sie hat halt doch eine sehr, sehr spitze, schmale Nase. Also jetzt nicht übertrieben, aber halt doch spitzer als ich. Und deswegen konturiere ich jetzt meine Nase mit dem dunklen Lidschatten und mache damit einen optischen Schatten. Somit sieht die Nase dann doch schmaler aus. Und auch im restlichen Gesicht trage ich wieder einiges von dem dunkelbraunen Lidschatten auf, was man natürlich im Alltag nicht machen würde. Also so konturieren. Aber somit kann ich meine Gesichtsform doch um einiges verändern. Ja, und dann geht es weiter mit den Lippen. Da habe ich diesen New-Tone gewählt. Sie hat ja doch sehr, sehr blasse Lippen. Und ich habe das jetzt einfach, es ist ein New-Tone für meine persönliche Hautfarbe. Das müsst ihr an euer Gesicht anpassen. Und auch hier verwende ich wieder diesen Lip-Pencil in Pale Pink. Und ziehe mir damit noch eine Kontur um die Lippen. Und ganz auffällig bei ihr, im Lippen, also im mittleren Lippenbereich, so muss ich sagen, hat sie eine dunklere Kontur. Und genau das empfinde ich auch hier nach. Irgendwie macht sie Lippen auch schmaler durch die dunkle Farbe. Und ja, so hat sie es halt auch auf den Pressefotos, die ich wieder auf meiner Homepage mystyleandfashion.de verlinkt habe. Den Link findet ihr dazu, wie immer in der Infobox. Ja, und um so ein bisschen den Vampir-Style hinzubekommen, also es hat ja so ein bisschen blutunterlaufende Lippen, mache ich auch hier einen roten Lidschatten hauptsächlich wirklich innen in die Lippe rein und verblende es dann nach außen hin zum Rand, also zu der Kontur, die wir eben gezogen haben. Und so kriegt man diesen typischen Jane-Lippen-Look. Es ist ein bisschen fast schon zu dunkel bei mir jetzt geworden, aber auf manchen Fotos hat sie es auch dunkler. Also so ist halt einfach meine Variante davon. Und außen dagegen mache ich es dann heller, dann nehme ich diesen hellen, also alles matte Farben auf jeden Fall. Und dann seht ihr schon, so kriegt man es dann doch wieder hin, dass es auch wieder heller wirkt und das Ganze eben nur außen an den Lippen auftragen. Natürlich habe ich auch noch die bekannte Frisur von Jane gemacht, die man in einem der Filme sieht, in dem sie die Tür öffnet zum großen Saal. Und die habe ich hier nachempfunden. Es war wirklich schwierig, da Bilder dazu zu finden. Und wenn ihr das sehen wollt, den Link dazu werde ich euch in die Infobox packen. Und wenn ihr das sehen wollt, den Link dazu werde ich euch in die Infobox packen. Und wenn ihr das sehen wollt, den Link dazu werde ich euch in die Infobox packen.